Ja Leute, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute gibt es mal eine Kritik zu Godzilla 2000 Millennium, eine weitere Enttäuschung des Godzilla-Universums meiner Meinung nach. Ich mag den Film überhaupt nicht. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass mir Godzilla von Roland Emmerich mehr gefällt als dieser Film hier. Erstmal zur Story, die ist ganz schnell erzählt. Godzilla taucht wieder auf. Chino da möchte herausfinden, warum und was Godzilla eigentlich so mächtig macht. Er ist stärker als der Hazel-Godzilla, zumindest wird er so dargestellt, mit seinem roten Hitzestrahl. Und ja, dann kommt noch ein UFO. UFO geht über das Gebäude drauf, sammelt die Daten der Menschen, aber auch über Godzilla. Das sollte damals übrigens das sogenannte 2000 Millennium Virus sein, wenn ihr Bescheid weißt. Ich kann dazu nichts sagen, also der Millennium Virus. Ja, jetzt habe ich schon wieder den Faden verloren. Ich liebe es. Was wollte ich jetzt sagen? Ach ja, auf jeden Fall Godzilla kämpft dann gegen das UFO. Der Kampf ist wiederum noch ganz okay. Und dann empuppt sich das UFO allerdings dann bald als anderes Monster, und zwar als Orga. Heißt er im Film zwar nicht, also wird nicht so genannt im Film, der wird eigentlich überhaupt nicht genannt, ein Name. Aber Pressematerial und alles sagt Bescheid, dass es halt Orga heißt, das Monster. Ja, ich hoffe, ihr konntet die Story gut verstehen. Wenn nicht, dann versucht, hier hinten einfach nochmal so gut es geht zu lesen. Es blendet extremst hier. Ja, wie schon gesagt, der Film, er gefällt mir überhaupt nicht. Das Problem ist, dass der Regisseur Takao Okawara damals genauso wenig Lust auf den Film hatte wie Roland Emmerich im Godzilla-Film. Nur hat Roland Emmerich es nicht so deutlich gezeigt wie hier. Die Schnitte in dem Film sind extremst langsam. Der Kampf gegen Orga ist total langweilig und fühlt sich so choreografiert an. Jetzt würde man, wie soll ich sagen, jetzt würden die Schauspieler sich in Filmen unterhalten, wie sie jetzt was schlagen, aber durch die Soundeffekte hört man das nicht. So, das, oh, das ist doch kein Godzilla-Film. Das macht keinen Spaß. Nur weil da ein Riesenmonster, was aussieht wie Godzilla, jetzt durch eine Stadt latscht und die Stadt zerstört, heißt es noch lange nicht, dass man jetzt die Fans damit glücklich machen kann. Und das zeigt sich auch damit wieder, dass das Publikum und die Kritiker den Film nur mit 50% bewertet haben. Nur weil ich kann euch jetzt schon sagen, der kriegt von mir eine 3, eine 3 von 10 Punkten. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Aber erstmal Hintergrundinformationen. Das ist der 23. Godzilla-Film. Hatte ein Budget zwischen 8,3 und 10 Millionen US-Dollar und ein Einspielergebnis von 10 bis ca. 13 Millionen US-Dollar. Und wie schon gesagt, die Kritiken und das Publikum bewerten den Film nur mit 50%. Habe ich eigentlich was, was mir gefällt. Godzilla taucht recht früh auf, den sehen wir schon recht früh. So ab der, sagen wir mal, ich habe jetzt nicht genau geguckt, aber wir sagen jetzt mal ab der dritten Minute ist das schon zu sehen. Das Schauspiel in dem Film war okay, sobald Godzilla, na gut, er kann halt nichts dafür, was im Drehbuch steht. Er hält sich halt nur daran. Ist trotzdem gut gespielt, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Und das Design von ihm gefällt mir auch ziemlich. Auch wenn damals die Leute gesagt haben, das ist V-Rock-Ziller. Weil er laut den Leuten extremst aussieht wie, also ähnlich aussieht wie Ziller. Wo ich hier nur sage, wo sieht er denn bitter aus wie Ziller? Wie gut Ziller sieht er aus. Aber wie Ziller? Naja, kann man mal sehen, wie viel die Leute, wie wenig Ahnung die von manchen Filmen haben. Und wie gesagt, der UFO-Kampf, der war schön choreografiert, der war gut gemacht. So, die Reporterin in dem Film, Yuki oder Yushi, wie hieße Yuki, glaube ich, war das, nervt total. Also die geht mir so auf und sagt mit ihrem, mit ihrem Gemecker, mit diesem, oh, kann das nicht wer anders machen. Und dann dieses, ich muss jetzt cool sein, weil Godzilla greift unsere Station an. Und ich muss jetzt so cool sein und sagen, jo, wir müssen da hin, weil das gibt eine gute Story. Dann das Mädchen, die Tochter von Shino da, ging mir auch extremst auf die Nerven. Dieses, ich bin oberschlau, ich bin cool. Na gut, das eher weniger, aber ich bin dieses, oberschlau, ich habe zu jedem recht, ich kann alles erklären. Und dann, wie sie die Reporterin noch angeht, weil sie halt sich mit diesem Dings beschäftigt, mit dieser Thematik, wird sie dann auch angegangen von dem Mädchen, indem das Mädel einfach sagt, ja, sie wissen wohl gar nichts. Wirklich, der Film hat mir kaum Spaß gemacht. Und das ist der erste Godzilla-Film, den ich nach ein paar Minuten tatsächlich ausgemacht habe. So, ich habe den Film ja schon mal gesehen, ganz gesehen, da fand ich ihn auch ganz okay. Aber wenn man anfängt, die Filme kritischer zu sehen, um halt eine bessere Review machen zu können, macht der Film, nee, der macht mir wirklich kaum Spaß, der Film. Und wirklich, er kriegt nur drei von zehn Punkten, weil er ist für mich fast wie Halloween von Rob Zombie, also Halloween 2. Er macht mich teils nur aggressiv, weil die Charaktere mich ab und zu echt nerven. Wie die Reporterin zum Beispiel, die Tochter vom Wissenschaftler, dann dieser eine, äh, ach Gott. Wo waren da nochmal? Oh, jetzt habe ich schon wieder die Hälfte vergessen in dem Film. Ja, auf jeden Fall ging der mir auch auf die Nerven. Das war der, der mit dem Wissenschaftler zusammengearbeitet hatte, da in diesem einen Labor, sag ich mal, wo sie die Godzilla-Zellen da gemacht haben. Da ging er mir auch ein bisschen auf die Nerven. Ja, keine Ahnung. Also, ich wurde mit dem Film wirklich nicht warm. Und ehrlich gesagt, habe ich jetzt auch keine Lust mehr, über den Film zu reden. Er kriegt von mir drei von zehn Punkten. Der Film ist übrigens, weil ich es noch nicht gesagt habe, von 1999. Und, ja, eine Szene, muss ich nur zugeben, in dem Film war auch cool. Die sieht man hier hinten auch, wo Orga nämlich versucht, Godzilla, ähm, aufzufressen. Aber Godzilla sich natürlich, äh, gegen wehrt. Und dann schießen seine Rückenplatten durch Orga, äh, drinnen durch. Das war schon genial gemacht. Ja, nichtsdestotrotz kriegt er von mir drei von zehn Punkten. Er hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht. Ich habe oft genug gewünscht, dass der Film endlich vorbei ist. Habe oft geguckt, wie lange läuft der noch. Habe dann gesehen, ah, der läuft noch über 30 Minuten, über eine Stunde und so weiter. Ich habe sehr oft geguckt und einfach nur gehofft, dass der irgendwann vorbei ist. Äh, und, ja, also, ich hoffe, ihr könnt meine Meinung verstehen. Ich toleriere eure Meinung. Wenn ihr sagt, ey, der Film ist doch gar nicht so schlecht, dann ist es eure Meinung. Akzeptiert meine Meinung. Ich akzeptiere eure Meinung. Und bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Hoffentlich gefällt mir 2000, ähm, Quatsch, äh, gefällt mir Godzilla gegen Megagoras da besser als der von 2000 Millennium. Haut rein, Leute, und ciao.